Musik So meine lieben Kinder hier draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Republic Commando, jawoll, wir sind auf Kaschik gelandet, in der letzten Folge konnten wir die Separatisten zungschlagen Nun müssen wir einen verscheulenden Vuki suchen, beziehungsweise einen entführten Vuki vor den Tradoschanern und den Separatisten Da sind sie auch schon Das heißt, es gibt ja wieder Schulfinden So So, was ist denn das? Regel 23, schieb niemals Wachdienst mit leerem Magen Und essen die gerade, ne, ich wollte gerade sagen, die essen da gerade einen Vuki, aber die essen da, wie heißen diese Geonasischen, geonasischen, geonosischen Kampfhunden, hätte ich beinahe gesagt Da ist das Trandolager Okay So, haben wir Tschüss Raketenwerfer Und nachladen Ich liebe meinen Job Da hüpft irgendwas rum Okay Ey Leute, sagst du Wuhu Wir haben auch Raketenwerfer Geht's euch gut, ne, geht's euch gut, Leute? Hier, probiert's mal Mit Bacta-Kite Mit Runde und ne Bacta-Kite Davon wird euch munter Und auch Heiterkeit Und wenn du stets gebacktert bist So richtig durchgebacktert bist Dann macht das alles auch viel mehr Spaß Was soll ich woanders Wo Bacta nicht ist Ich geh nicht vor Ort hier Weil ich Bacta vermiss Kümmern wir uns um die Trandos kommen auf uns zu Mit Raketenwerfer Blaster Und dann knallt mir sehr schön Und neuer So, jetzt hab ich aber kein Text mehr Aber nicht jetzt zum Bescheid Oh, eine Falle Tschüss, ne Das Geschütz kommt wie gerufen Wir haben geschützt Hä? Dachte, sagte Wow Unbeschadet, ihr Okay So viel zum Überraschungsmoment Ja, ja Das hatten wir mal Und meine Blaster hiermit Kann ich den Bacta? Ja Frische Munition Frische Motivation Aufgefrischt Na, das sind noch Granaten Habe ich genügend? Fünf Stück, ja Mag ich gar nicht, irgendwie haben So Granaten und so einen Scheiß liegen zu lassen Na, dann lass Auf sie mit Gebrüll Es geht keinen anderen Weg Bereithalten, Delta-Team Verdammt, das war unser Fluchtweg Sie heben doch den Stegen Wir haben keine Chance Zur Tür Keine Chance, Boss Das ist eine Falle Berater, wir haben hier ein Problem Durchhalten, Delta, ganz in Ihrem Herzen Eine Wartungsluke Sprengen Sie das Ding Welches Ding soll man sprengen? Wo ist die Wartungsluke? Die kommen wir gar nicht durch, wa? Ja Ja Mach ich schon Oh, nee, ne? Wir nehmen das einfach mal so mit Jetzt kommen die sowieso alle gleich wieder Sind die sowieso alle gleich wieder da Ob ich mich denn rein bewege und sie wieder belebe Ey, sagte Ich will, ich kann Okay So, warte mal Ich will mal eben nochmal flott speichern Oh Oh nein, nicht die Boche Hilfe, Hilfe, Hilfe Boah, der fängt hier irgendwie gerade Selber irgendwie In mir drinnen War zwei Schuss noch drinnen? Oh, einer von uns hat schon eine Oh, ich will Oh Scheiße Ich glaube, wir haben das Delta-Team verloren Eine Falle Eine große, große Falle Ähm Machen wir den letzten Spielstand, mal gucken Alles klar Oh Oh Ja Jetzt Jetzt in den Hauptbereich des Lagers vor. Die Tür ist blockiert. Naja, alle Wände haben schmuck nur eine Schwachpunkte, in die sie sprengen können. Sie müssen sie nur finden. Keine wirklich geschickten Handwerker haben. Team, suchen wir uns einen Weg. Ah, aufhören! Bleib schon aufs Linie. Ups. Hey, an und für sich wollte ich... Ah, okay. Da sind Munitionen. Better take a good view. Hey. Und sofort tot. Nicht schlecht. Was ist das hier? Haben wir hier Bugdown? Schießt hier auf... Hä? Hä? Können wir nicht kaputt schießen? Nein. Das geht nicht, nein. Wir sollen auch nur den Landungsplatz sichern. Ah! Ach, kommt schon. Ja, die werden dich ja wohl mal beschützen können jetzt, oder? Und. Kaboom! Hey! Ich wollte gerade sagen, ich spritze die ganze Zeit den Tank rein. Du spritzt dir in deinen Tank. Oh, okay. Na gut. Aus der Exor-Boss! Wir sind der Boss! Wir sind der Boss! Leader, die Trantos halten dem Kies und dem Gebäude mit der Antenne fest. Wir sind der Boss! In Deckung, Delta. Wir sind der Richte! Vielleicht könnte mich auch mal jemand beschützen. Wäre nice. Ah, ja. Regen wir los! Okay. Okay, bei der geht's. Oh, Mann! Braubare Treffer. Und er macht selber so gar nichts. Was? Seiner hat schon ins Daune? Meine Fresse, hör mal. Ach, ich bin 7. Es wäre Zeit für Bagdad-Tanks, ne? Hey. Oh, Bagdad-Tanks. Oh, hier Motivation. Was? Diese Alarme lag ich mir echt auf den Sack. Oh, Leute, ich muss doch einfach... Das ist General Graevis, was? Das ist General Graevis, was? Der Kommandant der Droiden-Armee. Was hat denn der auf Kashik zu suchen? Hinten Sie das Gefängnis und befallen Sie die Wookies. Radikale Umstrukturierung initialisiert. Was? Aber er muss das doch auch mal hinkriegen, mich zu verteidigen, oder? Na komm. Entdeckung. Nice shot. Ich brauche Unterstützung. Ob wir uns noch mal ganz kurz noch mal Bagdad anwollen? Geh Entdeckung. Bagdad-Prozedur einleiten, Delta. Bin schon unterwegs, Sir. Hole Bagdad. Müssen nur zwei. Fühle mich schon besser. Bagdad verabreicht. Okay, dann los. Leader, das ist der Film-Trakt. Tafel muss da drin sein. 6, 2, geht in Position. Los! Bombardieren Sie sie von dort. Geh in Position. Allzeit überreiten Sie. Okay, Leute. Sie warten noch. Was? Was ist das? Drei, dass die Forderung. Wir 6000. Nein, was ist das? Was ist das? Sie ist verhechtet. So, ich mach das mal. Was ist das? Oh! Oh, ich mach's! Oh, ich mach's! Oh, ich mach's! Ah, der tot? Oh. Deswegen also. Moin, der Fugaste, was ist denn hier los? Aber Thermaldetonator ist das beste Rezept, wenn man mit sich wieder... Nochmal gut. Ei, äh, da. Äh? Ja, vielleicht? Ei, oh. So. Nein, nachladen, nachladen. Ey, ey, ey. Ja, so geht's. Ich will mir nicht vorstellen, dass es Wookie-Fleisch ist, ne? Ich mein, die handeln ja mit Wookie-Fleisch. Äh, Fell. Aber nicht mit Fleisch, oder? Wir müssen ihn hier ausschaffen. Hecken Sie sich in das Sicherheitsnetzwerk. Halt euch, Nezer. Wir holen dich hier raus. Ua, 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 ua. Hoch, unter, links. Wir kommen nicht durch die Tür. Sie haben sie blockiert. Mein Scan zeigt eine Schmackstelle in der Schmackstelle. Das ist ein bisschen sauer. Junge. Aufstehen. Ey. Wookie, Wookie, Wookie. Wookie, Wookie. Ua, 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 ua. Ist das hier fertig, oder was? Haben wir das? Befreien Sie einen gesperrten Wookie. Ey, du bist doch frei, Kollege, oder? Man könnte uns doch wunderbar helfen. Wir bräuchten dringend eine Bagda-Geschichte hier. Hat das geklappt soweit? Ja. Okay, dann müssen wir hier mal ganz kurz eine Umstrukturierung, äh, wie war das? Initialisieren. So. Und. Zoom! Okay. Leg dich niemals mit einem Wookie an. Alles klar. Aua, 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 Aua. Ua, Ua, Aua. Oh nein. Ja, nicht schon wieder so ein Vogel. Kriegt er aber mal Kloppe? Wenn du deine Granaten entwerfst, tötest du den Wookiee auch? Der Idiot! Da kommen sie alle. Der haut er da mit Granatpfeffer rein und macht den Wookiee kalt, Alter. Wir sollen die Wookiees retten, nicht töten. Also was habe ich ja noch nie gesehen hier. Hatte ich mir nicht dieses fette Ding eingesammelt? Ja, mach mal. Und dann isst man ne Runde Bagda. Wir brauchen alle ne Runde Bagda. Und weiter geht's. Aber Wookiee ist auf unserer Seite. Ihr rettet zwei Wookiees. Ihr habt einen getötet. Die Tür ist blockiert. Ich krieg sie nicht auf. Ich wette, ein Wookiee kann das. Na, was habe ich gesagt? Ein Wookiee kann das. Wo will er hin? Verdammt, er ist genau in Ihren Suchscheinwerfer gelaufen. Was hat er gesagt? Später desertiven. Konzentriert sie sich auf Trafo. Bereiten sie sich auf einen Kopf. Wo an diesem Turm sind es erst von Sklavenhändlern. Turm vor Latrandos. Erledigt. Hab ja schon ziemlich viel erledigt gerade. Ei. Junge, du bist mir im Weg. Oh, ich hänge fest. Unerschöpf, ja. Unredigt. Kein Problem soweit. So. So, meine Kinderchen. Wir machen Chico für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Es hat ultramäßig Spaß gemacht. Und jetzt werden wir gucken, in der nächsten Folge, wie viele Wookies wir noch befreien können. Vielleicht treffen wir sogar auf Chewbacca. Er weiß das schon, ne? Also, Kinderchen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.